Wir sind heute mal ganz neu unterwegs, wie ihr seht, ein ganz neuer Hof der linken Mehr Hilfe, du hast viele Liste vom Bilden Ohne schieben! Genau Wunderschönen guten Abend Schauen wir erstmal bei dem Daniel vorbei Der hat sogar ein kleines Haustier schon 2 2 sogar schon Jetzt haben wir gleich mehrere noch dazu Schauen wir mal nach Dann nehmen wir eine Schlachtweiße Ah, da haben wir überhaupt schon eine Reizung rein Schauen wir mal nach oben Schauen wir mal nach oben Wir müssen hier roh machen Wir müssen hier im Matsch stehen Schauen wir mal nach oben So Leute, guckt euch doch mal mein Special Lift Meterisch an Man ist da so ein volles Teil Ein Traum. Ein Traum. Frische Luft immer. Frische Luft, ja. Und gar welche Fetter. Seine Gegenbahn. So, darf ich nicht mal aufziehen? Guck, seit der Zeit entfaltet er nicht. Der normale andere. Dann nach es die Leaden. Nein, die Leaden. Der gerade alleine. Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Eine Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Super. Äh? Äh? Ich muss sogar... Ich verstehe. Na ja, guck mal. Geldfrüchte. Ich guck auf die Mennung. Weil du gerade übergrober Zucker hätte ich ja eigentlich umnehmen können. Ja. 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 Das ist doch rot oder so orange so. Ja. Das ist rot. Da steht ja krout entfernt. Rot ist das schon. Ne. Heißt kraut entfernt, steht da aber rot ist kraut entfernt. Kraut entfernt ja. 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 Aber welche Wachstumsstufe jetzt ist das? Wie ist das genau laut? Ja. Ja. Ich denke, das ist bestimmt voll. Die Rotenferne ist eigentlich ein Quatsch. Vielleicht ist es einfach mal so ein Ding ausprobiert. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Hier war das so, dass es immer vorm 7 halten war. Und die Lippe gibt es ja ja irgendwie ohne, ne? Ja, egal. Ach ja. So, jetzt muss ich erstmal eine Stelle finden, die hier fließt. Ja, klar. Da sind die auch Störer. Ja, klar. Deppi, du hast hier sogar deinen eigenen Ruh. Du musst dir erstmal einen Brutsche kaufen, wo du deinen Ruh anhaben willst. Du musst erstmal beiden Ecken. Deinen Ruh. 1, 2, 3, 4 ist einfach für deinen Ruh. Ja. So. 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 Und jetzt machst du am besten hier bei Feld 40. Du musst dir deinen Ruh anhaben. Weil du jetzt die Stelle, die noch frei ist. Jetzt dabei neu. Was? Ja, da würde ich jetzt deinen Ruh erstmal hin machen. Also ich mein, du brauchst eigentlich die komplette Zeit ausnutzen für deinen Ruh. Ja. Du bist jetzt nur die Frage, wie du, wie du jetzt, äh, 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 äh. Oh, hast du schon ein Fahrzeug gehört? Ja. Ich hab noch einen Fahrzeug gehört. Das ist, äh, äh, ein Fahrzeug ist, äh, 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 äh. So wie es geht mit Felderkohlen. Du gehst erstmal in die Karte und dann drückst du erstmal den linken Stick, also drücken. Dann gehst du dann mit dem Körse auf das Feld Kürze und dann drückst du den rechten Stick. Dann müsste er dir eigentlich schon den Preis anzeigen. So wie willst du das jetzt haben, willst du das jetzt gleich planieren komplett oder willst so wie ich es jetzt habe, dass ich das Gebäude hinklatsche und dann so die Auffahrt hier so mache. Ich habe jetzt hier nichts planiert, ich habe nur Gebäude hingestellt und dann habe ich mir so eine Auffahrt hier so unter ihm gemacht. Dann hast du halt so wie bei Marcelseinhof, dass es eine komplett planer Fläche ist und da dann erst die Gebäude hinklatschen. im Nachhinein dann. Und dann hast du halt öfter so eine Kante drin. Zum Beispiel jetzt wie hier in der Karte. Dann hast du hier so eine Kante drin. So wie hier jetzt hier. Ich meine, ich habe es ja hier schon ein bisschen abgerundet aber auch. Ich will jetzt wissen, wie wir damit haben. So wie hier. Vielen Dank. Ja, da brauchst du ja nicht komplett, wenn du hier irgendwo nur ein Stück hinnehmst, dass du dir die Gerätschaften hinstellen kannst und das Vino hinstellen kannst. Kommt drauf an, was du überhaupt machen willst. Landwirtschaft oder Viehzucht oder keine Ahnung, was du machen willst. Ja, da musst du ja nicht planten, was du vorbehalten hast. Ja, da musst du erst mal das Stück hast, wo du das hinhaben willst. Aber das wäre ja geil gefragt, wie du das hinhaben willst. Also, wenn wir die Ebene haben, bist du gleich am Anfang. Oder halt so wie ich hier habe. Ja, da musst du ja nicht planten. 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 Da musst du ja nicht planten. Ja, da musst du ja nicht, Apple angehen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Thank... ... 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 Not too bad. Vielen Dank. Oh, oh. Danke, Frau. Oh, wow. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh ja, das war ja ein bisschen. Ja, es ist 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 ein bisschen. Und dann? Ich habe noch kein Wunderpreder. Juhu! Juhu! Gibt es die grünen Latten oder gibt es die grau wie meiner? Gibt es die schmatter oder ablander? Gibt es die schmatter? Gibt es die schmatter? Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Aber ich brauche noch ein bisschen zu viel drauf. Oh, da ist es. Das macht doch fein. So, da muss ich mehr arbeiten. Das macht doch niemand als dabei. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Sie hat mir gerade Platten bewegt. Ganz mal Ebelchen. Mann, 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 die kann man da sein. Man, Mann, ey. Ganz reicher. Ganz reicher. Ganz reicher. Ich kann mir nur Schotter leisten, weil er auch wieder hier benötigt ist. Jewey. Okay, die stinken, die sind schweine. Wir kommen her später mal zum Essen. Das ist klar. Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, ich habe meine frische Rechnung. Ja, ich habe meine frische Rechnung. Ja, ich habe meine frische Rechnung. Oh, Mann, Mann. Nicht die Brüder. Das ist sehr verschwört, Mann. So, jetzt sollten wir Sonne erwärmen, so die Scheiße hier. Ja, das ist doch etwas. Oh, Mann. No, Mann, man. Yeah. Ja. Ja, Women. Ja, wir haben uns gut, dass Sie nochmal drinnen sind. Ich nehme das gar an. 100% Produktivität Dabbi Dabbi Hast mein Huf gerade nicht Dabbi Ich war gerade noch zwei Räder vor dir Mein Ried hat eine Überschlag gemacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Wow. Yeah. Dann kann man das Frühjahr machen. So, die letzte Arbeit machen. Ja? Ja. Du musst auch gleich eine Art Raps machen. Da siehst du, die sei reich. Ich denke, ja, ich bin reich. Ja, ich brauche die nach der Arbeit. Machst du doch nicht mal selber, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Eigentlich bin ich die bei ohne Helfer. Ja, bei den Spielscherzern. Ja, das geht jetzt auch in den Knochen. Wenn ihr hier auch hier beide am unten werden. Ja, dann können wir hier den Farten anfangen. Vor allem wenn es überall bis dahin zu Ende bleibt. Deswegen stehen wir ja hier in der Nähe wirklich. Aber natürlich auch nicht postlos, das ist ja so klar. Bei dir guckst du natürlich ja wirklich gut wie ein Helfer. Naja, für dich. Der Helfer muss doch auch gut sein. Das gilt ja nicht, das ist ja eine Schwarzarbeit. Schwarzarbeit und Schwarzarbeit sind so allein. Ja, wenn das Spiel mal schon verdünft ist. Ach, das ist aber das nicht. So, dann machen wir das vielleicht nicht mehr. Ja, ich bin... Wettbewerbstehen. Wettbewerbstehen. Das. Ich bin... Vielen Dank. 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 Ja. Dann kommt der nächste Fahrnitz, dann kommt der hier. Hey, Stippe! Juhu! Ich scharbe dich. Okay. Hey, Stippe! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Thank you. Okay. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Er macht Lohnunterrichter, dass uns an ihm auf Stafeln vergeben. Du kannst jetzt auch mit keiner Rechtseidigte kriegen. Ja, das geht dann. Ja, das reicht dann nicht gut. Jetzt sehen wir, wir sind gerade bei dem Pfad, wir sind da, wo wir nicht oben setzen, Ich habe es nicht so, dass ich es nicht so gut bin. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Du hast eure Müsse reichen. Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. So, so! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Ja, dann Späne wäre ich besser. Späne, wie bei Marina Späne. Ja, das weiß ich. Das Bett kann ich ja nicht aus. Ein, ja, ich weiß auch nicht wie er auf die Idee kommt. Licht vorne. Schorn, du hast mein Schorn in den Kopf. Schwarze Schafe, das ist die, wenn wir... Schwarze Schafe? Nein, ich denke. Nein, das dürfte ein Altersschweig. Das schmeckt zum Fleisch her nicht, oder? Nein, das ist halt schön. Schorn bleibt bei. Ah, ja, ich habe heute schon... Ich kann mal weiter nicht schmeißen. Joppa! Ey Jekka! Wir brauchen noch viel Arbeit hier. Jetzt ist er wieder so. Gut. So, wir machen jetzt. Oh, war jetzt ein Gas so richtig voll. Nein.